Hallo Freunde des Let's Plays, ich bin wieder mal das Mirko und heute spielen wir mein persönliches Favorite-Halloween-Spiel, das grausamste Spiel für mich, Mega Man 4. Da sehen wir Mega Man in seinen blauen Pants, äh, Patoffeln und seinen pinken Pants. Jetzt knallt er die Augen zusammen, als müsst ihr ordentlich mal ne Ladung rausdrücken. Yo, und jetzt pender. Wach auf Mega Man, Essen ist fertig. Fuck, ja, boah, Schokolade, wow, wir wurden ausgerüstet mit dem neuen Mega Buster, der auch nicht viel mehr erkannt als der alte, wow, Ringmann, der Ringmann, der hat mir damals den letzten Nerv geraubt, der, das, der Staubmann, das sieht aus wie so ein Staubsauger, totalen Pinguin, wow, natürlich kommt wieder einer vom Hämmer. Oh, Spaan, Regenmann. Fuck, ah, fuck. Verdammt, ich, oh meine Fresse, ist das ein Scheißdreck. Ich bin grün. Nun natürlich wieder ne, ach, ja. Geht mir was zu fressen. So, jetzt spring ich hier runter. Hermann, die Groswurst-Boutique. Ja! Ah, fuck! Ihre Kinder werden sich an Weihnachten freuen. Können sie ihn am liebsten gleich einen Haufen Scheißer unter den Weihnachtsbaum legen? Da freuen sie sich mehr. Und Drush habe ich natürlich auch. Ups, entschuldige. Grüne Marinade, ja, da hat der Hermann Hermann sogar einen Fehler gemacht. Und da ist der schon tot. Okay, sieht doch aus wie eine Müllhalde. Wunderbar. Eddie, Eddie, ja, Eddie! Eddie, bring mir jetzt das Energy Tank oder so an. Ja, Eddie! So. Fuck! Eddie. War das Leben. Ach, Eddie. Neddy, Eddie. Habe ich eigentlich schon erzählt, dass ich gestern bei Hermann Hermanns vorbeigeschaut habe? Der hat mir eine Schokolade in die Hand gedrückt. Drückt der mir erstmal eine Schokolade in die Hand. Auch geil! Super, ich habe das Level gerade umsonst gemacht. Nur um am Ende festzustellen, dass ich gleich ein Game Over habe. wie beim Scheißen kommt mal die Emotionen hoch hier. Beschissenes Spiel. Oh, fuck! So. So. Nein! Hopp! Geil! Wieder hat die Spielengine versagt! Wie kommen Knochen, bitteschön, in so ein Gebirge? Fehlt so einfach! Eddie! Eddie! Oh! Doofy! Fuuuuck! Fuuuuck! Alter! Ich habe Unterzucker! Ich gebe es auf, etwas richtig zu machen. Ich gebe es auf. Ich gebe es auf. Ich will dieses Spiel heute nicht mehr sehen. Echt. Fuuuuck! Ich will dieses Spiel nicht mehr sehen. Ich werde keinen Save-State benutzen. Das Spiel habe ich auch ohne. Oh mein Gott! Das ist auch nochmal gespeichert. Das ist... Oh, Save-State. Ich habe keinen Bock mehr. Oh mein Gott! Ich habe so keinen Bock mehr auf dieses Spiel. Haut rein! Aber ohne Mist. Ich glaube mittlerweile selber. Ich glaube, ich bin der schlechteste Mega-Man-Fan. Der hat bestimmt auch Aichi Kawa gemacht. Welcher krank Japaner hat sich das ausgedacht? EDIY! Boah, dank! Geiles Vieh! Verdammte Axt! Oh mein Gott! Boah, yes! Boing, man! Mh! Mh! Au! Boah! Ich musste gerade gleichzeitig... Mh! Mh! Und... Scheiße, ich habe wieder... Schluck auf! Hup! Oh shit! Und ich... Hup! Die blöde Sau! Oh mein Gott! Danke an... An L3, Riyani ein... Eiiiins! Oh Gott! Oh mein Gott! Okay! Okay, wir werden die Aufnahme und sehen uns gleich wieder mal. Okay, dann bis gleich. Sollen wir? Soll das jetzt Moskau sein? Oder was soll das jetzt sein? Das ist doch nicht Wily. Das ist ja voll die Falle. Warum nur? Das ist voll gemein von den Spielerstellern. Die mögen mich doch sonst so. Warum stellen sie mir eine Falle? Ich bin echt kurz davor, dieses Projekt endgültig abzum- Ich glaube, ihr könnt euch kein Bild machen, wie sehr ich gerade am Leiden bin. Nee, ich werde dieses Spiel keinesfalls mehr weiterspielen können. Mein Geist lässt es nicht mehr zu. Ich bin geistig jetzt im Arsch. Ich bin emotional im Arsch wegen diesem Spiel. Ich will nicht mehr. Absolut nie wieder. Tschüss. Und dafür habe ich das Spiel gespielt? Nur um rauszufinden, dass er sich verpisst. Da kommt gleich Raii Chikawa, wenn der dabei ist. Nein, Rush, stirb. Kannst du doch was machen, kannst du ihn doch töten. Eddie, Eddie. Jetzt ist ein schöner Kussabdruck auf meinem Bildschirm. Okay. Tschüss.